Also Minigolf, ich glaub... Nein, ich erklär das nicht, das hat das Prinzip von Minigolf. Also nur als kleine Info, Randinfo, Minigolf ist eine kleinere Version vom Golf. Hallihallo und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ronde. Minecraft Minigolf? Wer ist jetzt eigentlich dran? Ah, noch gar keiner, ne? Meck. Ähm... Nein. Wie immer. Achso, ja, und mit dabei hier natürlich der Kretosan und der Nick, die fast immer dabei sind. Guten Tag. Und ich bin fast am Ziel, ne, das war so ein richtiger Prowurf. Oh, 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 oh. Alter! Du bist ja zufrieden. Was? Er hat mich gestoppt. Nick, das war ein Block, ne? Was? Was? Oh, ich bin schon am Ziel. Nico, Alter. Er hat einfach mich erwischt. Ich werf daneben 100%. Was? Das sah gerade so aus, als hättest du Nico erwischt. Tschuuu! Das erste Lauf war echt einfach. Hallo, das war Anstrengend für mich. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ne, also Minigolf, ich glaub... Nein, ich erklär das nicht. Das war das Prinzip von Minigolf. Also, nur als Randinfo, Minigolf ist eine kleinere Version vom Golf. Perfekt, Nick. Perfekt. Oh, ich hab das nicht getroffen? Was? Okay. Hast du verdient. Okay. Keiner hat getroffen, oder was? Ja. Ja? Hä? Ist das unmöglich? Hä? Ich seh das gar nicht. Ich glaub schon. Okay. Egal. Ich mach das jetzt anders. Leg mich am Arsch. Das geht nicht. Okay, ich musste ein bisschen höher. Hä? Oh mein Gott! Was? Was? Das kann man doch treffen? Ja, Nico ist Hacker. Ja, du hast da ganz erst drüber geworfen. Ja, alle schitten heran als ich. Das ist unfair. Wirf doch noch weiter, bitte. Junge, ich hab gar nichts. Hab ich zu weit immer geworfen? Ja, die ganze Zeit. Immer noch. Hä, warum darf Nico werfen und ich nicht? Hä, weil du schlecht bist. Hä, ich bin immer nach Thomas. Was? Hä? Was? Verstehe das nicht. Ja. Ich hab Nico getroffen. Ne, ne, das ist voll anstrengend. Ich kann das gar nicht. Digga, ich... Als Ernst, wie wär das so scheiße? Thomas, du darfst schon wieder drüber, oder? Wer war das gerade? Zyba? Ja. Ey, der will mich doch verarschen. So. Jetzt muss das treffen. Nein. Ich tap' ganze Zeit nicht. Thomas, du darfst wieder drüber geworfen. Dein Ernst? Ja. Ja! Alter. Und du bist drauf. Endlich. Alter, wie konnte ich immer Zyba werfen? Das gibt's doch nicht. Und zu weit. Nein! Und wie viel? Äh, weiß nicht. Ich stand nicht genau. Ich stand genau über euch. Oh Mann! Junge Nick, Alter, du kannst gar nichts. Was? Ein Block einfach davor, Alter. Oh Mann. Wie jedes Mal. Hä? Aber ich dachte die ganze Zeit, ich hab viel zu schwach geworfen. Das sah auch so aus. Ich hab zehn Schläge geworfen, also wir waren zwei. Hä? Was ist das eigentlich für eine scheiß Map hier? Hä? Die sind irgendwie schlimm. Achso, ich bin ja dann. Okay. Okay. Oh, oh. Da geht's ja hoch. Okay. Das ist völlig komische Karte. Hallo Thomas! Ich muss so einen Berg hochwerfen. Hallo! Alter, du bist weiter geworfen. Ne? Ach du Scheiße! Ich kann nichts sehen! Oh, ich hab sogar getroffen. Oh nein, ich hab verzogen. Ah, du hast auch getroffen. Ich dachte man muss... Der Gesicht schafft noch weiter. So richtig dumm. Ich hab mich da gerade mit dem Werfen gefailt. Ja! Und ich hab nicht mal gesehen, wo das Ziel ist. Okay. Nein, ich hab die Flagge nicht gesehen. Nein! Ja! Ey, aber guck mal, wir alle sind ungefähr gleich auf. Ungefähr, ja. Wow. Diese eine Strecke, oder? Das ist ein Nick, ne? Nick, du bist irgend bisschen, ne? Eik, nur ein wenig. Da hab ich jetzt wieder Angst zu weit zu werfen. Egal, das sollte passen. Ja, perfekt. So. Kommt ihr nach? Das war zu wenig, das war zu wenig. Ein Block, Nico, ein Block. Ich hab da rüber geworfen. Was soll das werden? Komm, triff nicht, triff nicht, triff nicht, triff nicht! Nein! Ja! Ich muss weiter werfen. Triff nicht, triff nicht, triff nicht! Fuck! Oh, die sind in einen Block gepackt, oder? Ich weiß nicht, wo ich hinwerfen soll. Ich auch nicht. Okay, da komm ich nicht an. Ich geb's auf, oder? Ja, ich geh auch da hin jetzt. Boah, da trifft man viel besser, ne? Ich hatte den Baum getroffen! Habe ich zu weit geworfen? Ich bin scheiße! Glaub schon! Ich hab mich mit meinem Kopf gedreht, aber ich hab dann bald nicht mehr gesehen. Okay. Ich hab daneben geworfen! Ich hab vor... Ich hab vor der allerersten Plattform daneben geworfen! Hä? Das war dein Mitspieler! Leck mich, Nico! Du sitzt jetzt wie meine schon, wenn du gegen mich wärst. So, jetzt hab ich da hingeraufen. Gut. Jetzt bist du im Ziel, oder? Nee. Nee. Okay. Und? Ich komm nach. Oh yeah, Nico. Ich bin neben dir. Alter, wo ist denn das Ziel? Ich seh's nicht! Ich auch nicht. Okay, das war ein bisschen zu weit. Oh, komm schon, bitte! Oh! Oh, ich bin genau vom Ziel! Alter, das ist auch voll schwer da reinz... Was? Leck mich, Thomas! Du hast mich gezoffen! Wie geil! Leck mich! Ich hab genau das Ziel wirkiert! Ich stand genau davor! Ich hab direkt reingetroffen! Du bist sogar weiter weg, als du! Ja, ich stand auch vor dem Ziel, und du hast deswegen getroffen! Unnötig, dass hier eine Barriere ist! Alter, Nick! Hä, wieso ist das denn eine Barriere? Da kann man voll kacke spectaten! Ich seh das Ziel nicht! Ja, Nick, das haben wir davor auch nicht gesehen! Oh, Nick hat... Oh! Das hat dich auch ungefähr geworfen wie er. 13 Spiegel! Junge Nick, Alter! Thomas, wie viel Stecker hast du gebraucht? Weiß ich gar nicht! So! Oh nein! Ne, wir hatten gleich viel gebraucht, Nico! Ja? Wir hatten davor auch welche Punkte! Das waren ungefähr... Das waren ungefähr 13, oder? Kann sein! Passt das? Passt das? Ja! Okay, ich werde das nicht schaffen! Wir haben neun Schläge gebraucht, Thomas! Ihr werdet mich treffen! Oh, schade doch nicht! Ich werde treffen! Daneben werfen! Wasser! Ey, ich kann nicht sehen, ob er davor oder dahinter ist! Oh, yeah! Kannst du ja sagen! Oh, ich bin weiter! Aber das war ganz knapp, Alter! Ein Block! Mann! Wie viel Wasser? Du warst bei mir sehr weit weg! Beim Eis war das! Lass mich da ran! Weißt du noch damals, Thomas? Da, wo ich einfach im Wasser stand? Ach so! Da hinten ist die Plattform! Hab ich grad übersehen! Oh! Niko! Ein Block! Hi! Hey! 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 Bei mir ist das Wasser nicht da! Was soll ich jetzt tun? Was? Ich hab das nicht gezoffen? Wie weit ist das denn? Wo hab ich jetzt daneben geworfen? Weiß nicht! Ich hab nicht geguckt! Ich kann nicht sehen, ob da ein Berg oder so ist! Ich seh gar nichts mehr! Ich orientier mich nach Thomas! Alter! Ich zaff das nicht! Kann man irgendwie das verkürzen? Thomas ist eine Hure! Du bist eine Hure! Ich seh nicht! Ich muss! Ich weiß nicht wo Thomas ist! Also ich seh ihn, aber ich seh die Plattform nicht! Hä? Ich teff diesen Punkt da nicht! Warte! Muss ich ein bisschen so werfen? Also Niko! Ich teff das ganze Zeit nicht! Das ist voll weit weg! Ja im Gegenweg! Oh mein Gott! Ich seh es nicht mal! Ich teff die ganze Zeit ins Wasser! Das geht doch nicht! Oh! Ich glaub ich muss ein bisschen näher und dann! Was?! Wie kannst du direkt teffen? Ich verstehe das nicht! Ich habe sogar höher als die Fahne gezielt! Ich dachte ich treffe die Fahne! Alter ich verstehe das nicht! Und getroffen! Ja! Ich teff das ganze Zeit! Ich teff das gar nicht! Ah kurz davor! Kurz davor! Noch ein bisschen weiter höher! Hä? Ich hatte davor auch so gezielt! Alter ich verstehe das nicht! Ja! Ich stehe zu weit hinten! Das geht gar nicht! Ich fühl's einer vorne gegangen! Ich konnte das ganze Zeit nicht zacken! Ich hab ganze Zeit so gezielt! Das ging nicht! Weil ich zu nah am Rand war! Ich hab 8 Schläge gebrochen mit 9! Ich einfach 13! Was hab ich davor? Ach wir dürfen jetzt diese braune Scheiße dann nicht probieren! Was?! So! Du kannst versuchen gleich reinzutreffen Nick! Nein! Das war knapp! Komm Digga! Soll ich mal riskieren gleich reinzutreffen? Ja komm! Ich glaube das geht hier sogar oder? Ja kann sein! Ich will es aber nicht riskieren! Genau in der Mitte! So! Oh ja das macht mir Bedenken nur ein bisschen wegen dir! Oh! Oh! Nein! Du hast dich einen Schritt bewegt Schummler! Hä? Hab ich gar nicht! So! Nice Nick! Nice! Was so klar! Ich kann mein... Okay jetzt nicht mein Cursor wieder! Oh yeah! Vielleicht hole ich jetzt auf deswegen! Ne geht gar nicht Alter! Guck mal! Ich kann höchstens Nick einholen! Was?! Nick du Fehler! Ein Block! Ey warte jetzt! Ich treff die Scheiße nicht Mann! Ich treff die Scheiße! Jetzt redet mal Nico Alter! Ich hab gewünscht dass Nico jetzt mich trifft! Genau dann wenn er da wäre! Oh nein! Jetzt hat er zu getroffen Mann! Oh Mann! Ich hab das ganze Zeit zu risken! Gleich so vor 13! Ey guck mal! Jeder hat den zwei Abstimmen! 38, 40, 42! Nein! Ja! Und die Runde war voll kurz! Hä? Das war voll cool! Und kurz! Voll cool! Und cool! Voll cool! Voll cool! So auf jeden Fall Leute! Wenn ihr diesen Modus aufspielen wollt! Also unten in der Videobeschreibung ist er! Also ist der Server Name CloudMC? Ne! Oder ne! CloudMC.de! So heißt der Server! Und stelle ich auch noch sagen! Der Nick ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt! Der Nico! Was?! Der Nico leider noch nicht! Ne? Weil er noch keinen... Okay er hat einen Youtube Channel aber noch keine Videos! Aber damit würde ich dann sagen! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Das ist dann morgen wahrscheinlich bei einer Runde! Ich weiß es nicht! Und dann sagen wir... Tschüss Rangon und bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!